So Leute, Woody und Taubson wieder hier und jetzt geht's mal wieder weiter mit Zombies. Aber ne andere Map? Was nimmst du? Green... Da ist doch schon wieder dieselbe Map oder? Ach ne! Bus Depot. Bus Depot, was ist denn das? Ach, ein Bus Depot, ja. Macht Sinn. Weil Schwierigkeit machen wir mal leicht. Wäre das jetzt ein Zug-Depot, würde ich Rage-Critten, weil ich hasse die Bahn. Badum. So. So. Die Musik, oh. Da 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 da. Herrlich, oder? Herrlich. Ah, ich bin am Gummibär fressen und du nimmst auf. Das tut mir jetzt aber leid. Boah, das ist nicht schlimm. Du machst ja eh wieder Drecksarbeit, also von daher. Ne, die Map habe ich aber leider auch noch nicht gespielt in Modus Überleben. Die andere habe ich ja gesuchtet bis zum Gehtnummer. Ach so, ja. Wie viel bist denn da gekommen, hier, äh, allein? 20. Boah, ja. Boah, ja. Warum hast dann grad da hier bei der letzten Folge abgekackt? Was ist denn, was, was soll denn das? Woller beschweren. Woll. Da haut er aber einen raus. Was ist denn mit dir? Da haut er. Ich? Wie, was ist denn mit dir? Ja. Ja, warten auf, ah, da ist er ja. Da bin ich jetzt drin. So, was getrunken, jetzt geht weiter hier. Gucken wir mal, wie wir uns hier machen. Boinsinn. Na guck'n, ma guck'n, ma guck'n. Auf der Map war ich eben kurz. Aha. Boat geht, äh wo, ey T-Bank 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 T-Bank. Ja Woll, bum, tricked B، pompt put put... Lassist anschliessen. Darum hast du so einen Anzug an, Alter. Hab ich den noch an? Ehh, ja klar. Ja, ich kann meine Waffe kaufen. Nein, kann ich da immer nicht. Warte, jetzt gleich kann ich meine kaufen. Jetzt kann ich meine kaufen. Wo kann man hier Waffen kaufen? Weiß ich selber nicht. Weiß ich selber nicht. Wir müssen in den Himmel gucken, dann sehen wir es. Ja, kann man hier schlecht, ne? Ja. Ja, ich weiß wo. Hier draußen. Aber ich glaube, die Tür kann man nicht aufmachen irgendwie. Doch, kannst du. Du hast genug Punkte. Und wie kann ich hier aufmachen? Nein, kann ich nicht. Einfach F, natürlich. Ja, jetzt kann ich mir aber keine Waffe mehr kaufen. Ah, da draußen. Läuft. Ja, jetzt kann ich mir keine Waffe mehr kaufen. Super. Und habe kaum Munition wieder. Danke. Warte, lass mich die Gegner einfach messern, ja? Nö. Doch. Ah, da kann man eine M14 holen. Hol die nicht, Alter. Hol die nicht. Wieso? Ey, wenn ich wüsste, wo Pekka Punch ist. Ja, aber die kostet nur 500, Alter. Wo, wo, wo kann ich hier meine Waffe tunen, wenn ich eine habe? Die ist billig. Das ist Outlet hier, ja? Discount-Marke. Wo sind denn die ganzen Zombies hier, Alter? Was ist denn da los? Wo sind denn die? Ah, da kommen sie alle. Na, egal. Wo kann man hier Waffe tunen? Komm, sag mir mal. Schreib mal in den Live-Chat rein, wo man hier gucken kann. Wie? Ja. Hier vielleicht? Nee. Scheiße, da kann man gar nicht Waffe tunen, oder was? Weiß ich nicht. Oh Gott, das ist behindert. Ich will mir die M14 kaufen, aber ich habe nur 390 Euro. Äh, Euro. Da kann man sich auch Shotgun kaufen für 1500. Ja eben, das ist ja das Coole hier. Das ist so wie bei Black of Science, weißt du? Du kannst da kaufen und da. Aber da kann man auch Waffe tunen. Und ohne Waffe tunen kommst du nicht weit. Das ist leider so. Ja, schieß auf mich, Alter. Warum hast du auf mich geschossen, ey? Ich habe nicht auf dich geschossen, ich habe mich auf Zocken geschossen. Ach so, weil ich gerade downgegangen bin irgendwie. Naja. Ey, verliert man jedes Mal Kohle, wenn man drauf geht? Was ist denn das? Voll kacke, ey. Nee, also, ja, wenn du halt... Keine Ahnung, glaub schon. Ja, Instakill, lass mich bitte welche töten. Ich mache ja gerade das Ding hier. Was will ich noch? Ich kriege... Ne Fall. Ne Fall, ja. Ja, besser als nix. Wo kann ich hier den Scheiß jetzt tunen, Alter? Leute. Soll ich mir jetzt die M14 holen, meinst du? Äh... Nein. Brauchst du nicht unbedingt. Ja, aber ich habe keine Muni mehr. Ja, du hast es 37 schon. Messer mal die anderen, dann... Ja, wo sind sie denn? Hier ist einer. Ah, da, ich habe einen. Oder hier. Geht doch. Ich muss noch ein Messer, dann habe ich genug, glaube ich, ja? Ich glaube, wir werden hier nicht sehr lange überleben. Ja, aber ich habe keinen Bock auf diese Random-Waffen, Alter. Wenn ich jetzt schon wieder so eine Random-Waffe kriege, und die ist extrem kacke, dann habe ich verschissen. Ja, dann shit happens. LoL! Ja, dann shit happens. Was ist hier denn passiert? Ja, keine Ahnung. Ich warte jetzt mal ein bisschen, hier rauskommen, die Zombies. Die kommen ja hier rausgekrüppelt, immer wieder. Rausgekrüppelt, Alter. Ja, geht doch. Ich hole mir Waffe. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Ich gebe dir Deckung. Ich schwöre. Ja! Ja, ich kriege endlich mal eine Runde. Was hat er? Ne, ne. M8A1A, oder? Ja, hier. Wenigstens mal was, wo man mit ein bisschen bashen kann, Alter. Ein bisschen wenig. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen Bärchen? Ein bisschen Bärchen. Ein bisschen Bärchen. Ein bisschen Bärchen. Ein bisschen Bärchen. Was haben wir hier? Leute, was ist das denn hier? An den, ich rieb kommen, KQS. Jawoll! Wo ich mir ne Zweitwaffe wache. Jawoll! Hier soll ich mir ne Waffe tunen. Ne Nuk, ne Nuk. Wann soll ich die Nuk holen? Hier ist ne Nuk. Ne, 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 noch nicht. Die soll ich da liegen lassen. Du bleibst dir die ganze Zeit da liegen, oder was? Oder ich lauf drauf einfach. Ja! Jetzt hab ich ja wohl Glück, Alter! Jetzt hab ich ne Hammer! Jetzt hab ich ne Hammer und ne M8. Boah, Kaboom! Wo ist Kaboom? Und wo ist Max? Oh Gott. Das war ein geiler Mist. Da musste ich jetzt Ründchen überlegen. Echt? Ja, Mann. Ja, der war überlegt. Wo ist der Max? Kaboom! Wo ist Max? Der Friseur. Gleich kommt noch der Krieger. Ach, da ist ja der Krieger! Da ist er umgefallen, weil er kann ja nicht spielen. Ne, das hab ich. Da sag ich. 5-7-2 händig, Alter. Jetzt geht's aber gangstisch. Ich glaube, ich kann mir mit Krieger die Hand geben vom Skill her. Auf jeden Fall, ey. Soll ich mir ne neue Waffe holen? Soll ich mal gucken? Ja, ich hab jetzt genug Moni hier. Ja, guck doch einfach mal. Hast du die Nuke schon aufgehoben oder was? Ja, ja, schon längst. Ne, ja! Hier gibt's noch nicht mal Perks oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist ja so ne Zombieman von Black Ops 1 sogar, glaub ich, oder? Ne. Ne, Quatsch, ist alles brandneu. Brandne? Ja, definitiv brandneu. Ich will Perks, ich will ficken. Ja. Ich will Perks! Ich will Perks! Das ist ein Song von ihm. Ja? Das ist ein Geschmackserlebnis an deiner Alten da unten rum zu schnüffeln. Der Erdbeertouch. Der Erdbeertouch. Der Erdbeertouch. Der Erdbeertouch. Jawoll. Was hab ich hier denn? Ne S12. Ja, ich hab auf jeden Fall genug Moni, Alter. Ich hab alles, was das Herz begehrt hat. Haha, geil. Oh, ja. Ja, siehste? Jetzt, jetzt kann ich auch mal hier raushauen, bis zum geht nicht mehr hier bashen. Ich versuche immer noch herauszufinden, wo man hier... ...und so. Ja, ich auch. Geht anscheinend nicht. Okay. Naja, Pech. Was bist'n du da aggressiv? Wieder die Hölzer von der Wand am Reis hier. Mal knicken. Ich mach die wieder dran, Alter. Nein! Ich rede mit dem Zombie. Ach so. Finde ich aber geil, dass wenigstens mal Black Ops 2 anklang ist. Ja, das stimmt. Da fliegen wenigstens ein paar Ärmchen durch die Gegend. So. Ärmchen, Köpfchen, Bäuschlein. Na gut, Bäuschlein nicht. Bäuschlein. Komm, komm, bitte noch ne geile Natur. Und ne bessere. Ach, ich nur noch keine Shotgun, Alter. Zombies macht mehr Bock als Multiplayer. Ja, eigentlich schon, ne? Zu zweit auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon, ne? Mal hier, Pam. Aber ich sag mal so, ich finde den Multiplayer eigentlich schon recht spaßig. Und dann noch zeigt, wenn ich jetzt, sag ich mal, so 30 Minuten gespielt habe, hast einfach keinen Bock mehr. Dann reicht's. Dann reicht's auch. Ja. Gut, ne. Jawoll Alter sterbt einfach nicht! Ja klar. Ja! Ja deswegen sag ich ja, wir brauchen irgendwie mal hier irgendwas zu tunern, also. Ja. Kannste hier aber gar nicht glauben. Gibt's nicht, ich hab schon geguckt die ganze Zeit. Wir müssen mal gucken, wie wir überleben. Wir haben keine Perks. Nach zwei Hits sterben wir. Aber dafür kommen ja nicht so viele, glaube ich. Wir sind jetzt schon Level 6. Nein, hier willst du snipen? Ich kann die nicht nehmen, das ist immer deine. Du bezahlst, du nimmst. Ich kann die echt nicht nehmen, das geht nicht. Ich hab jetzt so geile Waffen. Ich hab die M8 und die Hammer. Der Fall und der S12, ja. S12 ist das denn? Das ist so die Shotgun. Ach, die ist doch so derbe Kacke, ey. Was haben wir hier denn? Ein Granätchen. Krass. Der Mini-Nuke. Haben wir ne Nuke oder was? Ne. Wir haben keine Scheiße. Immer dann, wenn man's braucht. Wir wollen ne Tar. Ach, wo wärm ich denn den Nathan auf dem Gebäude? Nein. Nice one. Bitch! Bitch, bitch! Schnell in der Ray Gun. Schnell in der Ray Gun. Boah, einfach draufholzen, ey! Wie bei der Bundeswehr damals! Wie bei der Bundeswehr damals? Einfach mit der Platzpatrone und MG3 in der Stellung rausholen, ey! Jawoll! Schreiner! Schreiner! Oh, der wäre in Erinnerung. Insta-Kill! 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 In Ray Gun, ich hab ne Ray Gun, aber die nehm ich nicht, oder? Echt? Nimm, 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 nimm! Alter, ich hab aber die M8 und so, die ist doch viel cooler. Ne, 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 nimm die scheiß Ray Gun jetzt in die Hand. Okay. Alter! Nimm, 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 nimm! Ist die beste halt, ist die beste Waffe, Junge. Boah, ich find die M8 voll geil. Ja, weil es halt... Mach die denn One-Hit jetzt noch, ja, ne? Loool! Mach die Ray Gun jetzt noch One-Hit, ja, ne? Nimm, ja, wir haben jetzt... Insta-Kill gehabt. Ach so, ne? Aber ja, jetzt macht sie, glaub ich, noch One-Hit.